Achtung, Spider-Man ist wieder da! Und ein Überfall! Gut, dass wir gewartet haben, zwei Minuten. Los geht's! Guck mal, ich muss gar nichts machen. Ich muss gar nichts machen, außer zwei Schläge. Wie geil. Bitte, bitte, bitte. Habe ich doch gern gemacht. Mach das. Ich gucke mal, ob ich vielleicht doch nochmal hier das ein oder andere Verbrechen finde. 36. Und ich werde mich mehr oder weniger Richtung Kampfherausforderung befinden. Wird kein Verbrechen angezeigt. Ich brauche Verbrechen! Wenn ich die schon mal direkt hinter mir habe. Da ist eins. Ganz weit weg. 500 Meter noch. Tempo-Fan. Huuuiuiuiuiuiuiui. Ruhe! Jetzt hat das vor nur zwei Leute. Okay, jetzt kommen sie. Nass bei der Drohnis. Aua! Er hört nicht auf zu springen. Was war das denn? Oh, die Tür ist gleich auf. Alter, ich komme nicht hin! Erwischt! Rüben auf! Mach das! Dann kann ich dich wenigstens hauen. So, einer noch. Jawoll! Zwei von fünf. Gemeinsam einsam! Weil ich versuche mich ein bisschen fernzuhalten von der Hauptmission, nachdem das letzte Mal schon in die Hose gegangen ist. Da musste ich nämlich in der letzten Folge ja, vorletzte Folge, nach der Hauptstory noch Missionchen machen. Das ist halt doof. Nee, eigentlich nicht. Aua! Du hast wohl Zeit, jemanden zu sperren! Ich will's! Ich will's! Ich will's! Ich will's! Dickerchen! Ich will's! Aua. Boah, ist das mit ihm? LaFaic! Juhu! Ach, sei ruhig. Hi! Äh? Boah! Ciao! Boah! Ich bin fast down! Mels! Alter! Ich bin dabei! Mach die Fotobamme! Äh! Aua! Ey, der hat den eigenen Mann fast abgeschossen. Ich hab's gemacht! Anderthalb Minuten nur noch. Boah! 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 Ich hab' die zu liegen! Boah! Bist bloß nicht mehr da hingehen! Silber! Boah. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Warte, kann man verbrechen? So, das ist bei der Kopf. So, dann schwinge ich ein bisschen rum. Was ist da für ein Punkt da links? Da oben? Da? Ach, da habe ich markiert. Okay. Verstehe. Noch nichts angezeigt. Und zwei Sachen sind halt noch gesperrt. Aber... Okay. Okay, der Bezirk ist noch weit. Da ist doch was. Komm gar nicht näher. Jetzt. Ach. Komm, jener. Ach, der andere ist ja auch da. Tschau. 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 Der dritte. Oh, kann man da durchfliegen? Juhu. Autsch. Aber schon ein bisschen geil. Was ist das da? Geht das nicht ohne Raketen? Boah. Boah. Was? 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 Ich war doch nicht mal richtig da und bin schon tot. Was war das denn? Ich war doch nicht mal richtig da. Ah, dann habe ich schon alles abbekommen. Was? 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 Hallo. Hauptmission. Was? 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 Warum wollte ich schon gehen? Hä? Stoppt den Konvoi. Ja. Ich war gerade woanders da beschäftigt. Warum sind die eigentlich so schnell? Und wenn man einmal den Anschluss verloren hat, dann hat man nicht ihn verloren oder was? Guck mal. Ich komme nicht hinterher. Hi. Bist du auch selbst schuld, wenn du den Weg zu mir fährst. Was? Das ist sicher alles nur ein riesiges Missverständnis. Die Polizei kommt gleich und hilft euch die ganzen Sachen zurück zu gehen. Ahah. Hier bleibt ihr, ich helfe euren Freunden. So, da hinten ist der Nächster. Was? Wie ist der denn da durchgekommen? Voll die Verarscher. Aua. Hab dich. Was? Noch zwei Stück. Wie übel. Toll. Schön, dass ich gerade in die andere Richtung fliege. Was? Ich war doch gerade direkt dahinter. Ähm. Toll. Was? Ich bringe noch jemanden um! Was? Nein, nein, nicht der Park. Was? Ich hab grad was getrunken, man. Zu viel Action, zu viel Action, zu viel Action. Komm gar nicht hinterher. Ich kann nicht mal was trinken. Was ist hier los? Was? Silver Laning fliegt einfach da oben drüber. Ja. Wenn ihr es hier so früher angehalten hättet, wäre das hier jetzt gar nicht nötig. Was? Ähm. Wenn ich den gerade hier gemacht hab, also festgehalten hab, wie können dann die anderen schon 200 Meter weg sein und aus der Mission draußen sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Guck mal, jetzt bin ich wieder direkt dahinter, aber gerade war ich zu weit weg. Ich konnte die gar nicht einholen. Boah, was ist hier los? Aua! 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 Ach, die fahren hier schon wieder weiter. Wo kommen die denn alle her? Oh, ich krieg den doch nie wieder. Eigentlich bin ich gerade von ausgegangen Dass hier keiner mehr kommt Wie kommen die gerade hier zu mir? Alter Ich hänge irgendwo, was? Was macht der denn da? Der krabbelt hier an der Wand rum Hier ist das größte Geballer Und er krabbelt an der Wand rum Was ist das? Hab dich Was? Was? Jetzt auch noch die Drohnen zerstören Ach, ich drücke als L1 Ich denke als, warum schießt der denn nicht? Ich komme gar nicht mehr hinterher Guck mal, wenn ich schieße, verliere ich voll die Balance Komme ich hier nicht mehr hinterher? Was ist das denn? Okay Zwei Aber Ihr Ding brennt ganz schön, oder? Oder sieht das nur so aus? Jawohl Was? Da kommen noch mehr Drohnen Ich muss auf den Viren Um beide Netzschläser zu benutzen Was ist hier eigentlich los? ich muss näher ran und ich hänge also in irgendwelchen ecken fest warum könnt ihr nicht besser hier lang fliegen wie ich bei meinem netz nur damit es wirklich klar ich versuche gerade hier zu helfen hab dich hab dich servus ja ja ganz ruhig ganz ruhig wo ist hermann hat wenn ich rede bin ich tot also zu was zu tun muss Warum ticken alle Cops aus? Sie ist zu 77% kein Roboter. Was? Gemeinsam einsam, abgeschlossen. Körperverletzung. Die anderen zwei sind aber noch nicht frei. Das ärgert mich, das ärgert mich. Also Civil Lining übertreibt es extrem. Ja, aber erst wenn du bereit bist, was wolltest du an meiner Tasche? Häme als Truppe gegen einen Sable-Agenten. Nicht gerade ein fairer Kampf. Sorgen wir für Chancengleichheit. Okay, welche nehme ich zuerst mal vor? Hä, die wussten ja noch gar nicht, dass ich komm. Hä? Äh, ey. Ich muss mir mal zeigen, wie man das macht. Das ist eigentlich keine große Kunst. Ich versuche nur da zu sein, wo die Kugeln nicht sind. Tja, ich schulde dir was. Was wollten die Kerle? Das hier sind Hilfsgüter, die für Syncaria bestimmt sind. Hast du von den Unruhen gehört? Ich hab gehört, es ist ein Bürgerkrieg. Das stimmt. Tja, diese Kerle haben mich angegriffen und das meiste mitgenommen. Wo sie hin sind? Keine Ahnung. Ich halte Ausschau und melde mich, wenn ich was finde. Schön, dich kennenzulernen. David. David Ovadimi. Spider. Spider-Man. Okay, das klang in meinem Kopf irgendwie besser. Der ist so dumm. So, jetzt will ich die zwei Hammerhead aufdrehen. Soho und einen Hinweis überprüfen. Eine meiner Knastquellen hat erzählt, dass Hammerhead jung immer in die Säbe begibt dich zum Petzaladen. Vielleicht kannst du sie verfolgen und Hammerheads Lager finden. Weißt du, ich hätte gerne mal ein Telefonat, bei dem wir uns von unserem Tag erzählen. Die normale Leute. Okay, also, Schatz, wie war der Tag? Ja, ähm, Sable und ich haben Schülken erledigt. Ihr arbeitet also doch zusammen. Theoretisch. Ihr beide müsst das irgendwie hinkriegen. Hammerhead ist zu stark für einen allein. Meine Quelle hat auch noch gesagt, dass Hammerhead sich mit dem Projekt Olympuszeug, ich zitiere, noch weiter verbessern will. Noch weiter? War doch schon ein Panzer auf Bayern. Genau das ist es ja. Ihr beide müsst ihn aufhalten, bevor er unaufhaltbar wird. Wo sind denn die ganzen Nebenaufträge? Wie soll ich denn noch zwei Stück finden, wenn eins kommt? Danke! Hi! Theoretisch müsste doch der Ander jetzt auch stehen bleiben. Aua! Aua! Was war das für einer? Ein Punkt. Oh, wie knapp! Die nächste Auskauf würde aufhören, Sable, damit es den Binnen nicht war. 43% und nach rechts. Es geht voll schnell hier. Aber wir können auch ein paar Hauptmissionen machen, weil wir ja noch nicht die Nebenaufträge freigeschaltet haben. Hey, sorry noch einmal. Was hatte ich gesagt? Oh ja! Ja, aber erst wenn du bereit bist. Was wollte ich so an meiner Tasche? Sie war offen. Ich konnte sie sehen und mir... Mir ist aufgefallen, dass die Düsengrüße und Form mit deinen übereinstimmt. Ich glaube, ich habe dich ganz offiziell unterschätzt. Du bist gut, oder? Du bist anscheinend mehr als bereit für die Praxis. Sobald ich mit Hammerhead fertig bin. Ja! Kann ich in der Zwischenzeit schon mal mit den Schießern lesen? Nein? Und wenn du nur das Haus verlässt, las ich alles ab. Mach! Der coolste und spießigste Superheld aller Zeiten. Kannst du nicht sein, dass da einfach nichts kommt? Da! Hi! Okay. 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 Da ist noch einer. So Leute, damit haben wir das. Damit war es jetzt mal eine kurze Folge. Das war es für heute. Nächste Folge machen wir weiter mit der Hauptmission. Dann werden wir uns in diesem Gebiet ein bisschen weiter ausbreiten. Mal schauen. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Like das Video, abonniere den Kanal und tsch. Was für einen Anzug haben wir ja nicht gekriegt. Äh, ja, ist okay. Monster-Tarnanzug. Der leuchtet schön. Den nehmen wir das nächste Mal. Bis dann, ciao. Ciao.